Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen immer noch zu Shift Happens, was wir gerade spielen und zwar zur zweiten Aufnahmesession. Ich kratze mich gerade wieder am Po. Ich spiele nämlich die rote Figur, die große Dicke und ich habe jemanden mitgebracht heute wieder. Das ist der liebe Svensson. Hi Svensson. Hey, hallo, hallo. Hey. Hey. Ja und ähm... Kann ich dir auch mal am Po kratzen? Komm mal her. Bitte nicht. Warte. Oh Gott, bitte. Ich will das nicht sehen. Das gibt unangenehme Bilder in meinem Kopf. Ähm, genau. Shift Happens, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist ein Jump'n'Run Puzzle-Spiel. Ja, und äh, unsere zwei, äh, Klöpse hier sind miteinander verbunden und die Mechanik dahinter muss ich noch ein bisschen verstehen. Nein, du solltest es draufstellen. Was? Oder, hä? Was? Ich habe keine... I have no idea what I'm doing. Hä? Beide nur so, hä? Was? Hä? Meine Kiste war irgendwie weg. Hä? Und du? Hä? Ja. Ja, okay. Vergessen wir es. Wir wollen es nicht verstehen. Wir haben es geschafft. Das reicht. Ich will immer, ich will immer Y drücken, um mich klein zu machen. Man denkt, wie geht das? Wie kommen wir denn hier hoch? Äh. Äh. Warte mal. Drück da mal drauf. Du bist... Ach, du Kleiner. Du kannst den ziehen. Echt jetzt. Okay. Ah. Ah. Cool, cool. Nein, ich, ich. Nein! Also, ihr merkt schon, das Spiel hat auch wunderbare konkurrenzfördernde Maßnahmen eingebaut. Aber wir müssen, wir müssen... Da oben. Geh mal, geh mal hier rechts lang. Ah, da oben kommen wir ja nicht durch. Oben? Ach so. Da ist ja so ein Ding, da? Ja, da kommen wir auch nicht durch. Ach, du kommst da nicht? Nö. Nö. Sicher? Ja. Kann ich gern probieren. Hier oben kommen wir durch. Ach doch, da kann man ja doch durch. Ach, Mensch, Svenson. Also wirklich. Das ist aus wie so eine Wand. Nein. Wand in deinem Kopf. Mensch. So. Äh. Ja. Ich weiß nicht. Das ist eine Wand. Ach nee, das ist glaube ich... Na, warte. Warte, ich geh mal hoch. So, jetzt kannst du durch. Jetzt schieb mal. Du musst den da rüberschieben. Guck. Ja, 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 ja. Okay. All right. Ah. Cool. Meine, meine, meine. Ja. Aber. Aber, aber. Ja, du kannst jetzt klein werden. Ah, ja. Jetzt kann ich da durch. Okay. Äh, ja. Und hier so? Und jetzt müssen wir den... Ah. Ah, scheiße. Warte. So, hier rüberholen. Äh. Der geht nicht da durch. Ja, die kommen nicht durch die Wand. Irgendwie. Versuch's mal. Ähm. Warte, dann musst du hier den Hebel einmal drücken. Ja. Okay. Nein, du musst den gedrückt halten. Nein, das geht doch nicht. Du schiebst mich doch mit. Verstehst du nicht? Ach so, ja. Dann geh erst raus. Dann geh erst raus. Ja, so. Eben, weil du schiebst mich sonst mit. Okay, alles klar. Du musst den gedrückt halten. Das hab ich doch. Okay, gut. Äh, selbe Problematik. Genau. Und da oben. Nee, irgendwie nicht. Moment, ich guck mal, ob ich noch... Ob ich sonst noch was tun kann. Ja, nee, warte. Warte. Hier, ich kann... Ja, warte. So. Warte. Jetzt. Nein. Und dann nimmst du den mit runter. Ja, genau. So war der Plan. Mach dich aber jetzt wieder groß. Äh, ja. Jetzt kriegst du das Ding nicht geschoben. Stimmt. Daran könnte es liegen. Boah. Oh. Wiegt ja gar nichts, das Teil. So. Okay, okay. So. Ja? Mhm, mhm. Ah, jetzt musst du hochlaufen, ja. Ja. Und jetzt... Okay, dann... Äh... Jetzt hier weiter. Okay. Boah. Hm. Ich glaub, den müssen wir zu zweit... Mach mal mit. Ja. Ja. Zu zweit geht's. Süß. Als ob ich großartig was schieben könnte. Warte. Nein, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Nein, ich will... Ah. Mano. Ja, warte. Ah. Warte, hier, lass mal weiter schieben. Ja, ich glaub auch, das wird so nix... Oh. Nee. Doch. Ah. Scheiße. Jetzt hab ich mich selber. So, jetzt weiter schieben? Mhm. Okay, es backt ein bisschen. Oh, dezent. Ja, ich. Nein. Nein. Oh, Mano. So. So, dann musst du wieder hier hinkommen. Mhm. Weil man hier nur zu zweit. Genau. Gut. Und da ist jetzt wieder die Wand. Die muss ich dann durch den Hebel wahrscheinlich... Ah, nee. Das geht so. Nein, ich. Ich. Nein. Juhu. Scheiße. Okay, machen wir was mit dem Hebel. Drücken wir. Ah. Okay. Aber warum? Also, um da hochzukommen wahrscheinlich. Aber erst mal... Ja, guck mal, wir müssen die tauschen. Der, der Roten. Ach so, stimmt. Warum siehst du sowas sofort? Ich, ich achte da nicht gleich auf die Farben. Hä? Ähm. Warum gehst du nicht mit? Ja. Ich dachte, du machst das jetzt. Ach so. Nö, ich mach das jetzt auch. Ist okay. Ähm, die Frage ist jetzt halt, wie krieg ich den einen über den anderen? Mach, mach mal, mach dich wieder groß. Ja. Ja, und genau, er ist drauf, geh mal rüber zur anderen Seite und schieb den grünen ganz drauf. Nein, auf das Ding. Den grünen, genau, ganz auf die Plattform schieben. Mhm. Du musst aber noch, genau, dass er ganz drauf ist. Und jetzt? So, jetzt geht er runter. Genau, und dann den grünen darüber. Ach, Mensch. Okay, danke schön. Und dann musst du wieder mit hoch. Mhm. Und den roten dann da drauf. Für sowas brauche ich allein halt einfach drei Minuten. Das ist unglaublich. Warte, warte, schieb den wieder, oder kommst du da oben an die Dinger dran? Ja. Ja, okay, kommst du auch so. Fein, fein. So. Jetzt darfst du mich wieder runterlassen. Danke. Ja. So. Bitte. So, jetzt haben wir hier. Okay. Yay. Hoi. Hoi. Okay. Okay, da oben sind acht, du hast da. Äh, ja. Warum haben wir jetzt zwei Herzen? Keine Ahnung. Ähm, du kommst da nicht durch, weil da, pass auf, da sind diese Laserstrahlen, ne? Genau, ich weiß. Das sehe ich. Aber, ah, scheiße, warte mal, ich, ähm, mach mich mal klein. Mhm. Oder, warte, komm erst runter, ich glaube, das schaffe ich alleine nicht. Wenn ich jetzt loslasse und rüberspringe, springe ich hier voll ins Leere. Okay. Lass du zu mir runterkommen, genau. Mhm. Und dann einmal hier den Schalter da halten. Ja. Warte. Mhm. Den nehme ich mir noch mit. So, und dann kannst du loslassen. Okay. So, und dann geh du erst hoch, wieder. Mhm. Und du? So, und jetzt? Weiß ich auch nicht. Super. Äh? Ähm. Ich will halt eigentlich, dass da... Okay, ich dachte, ich könnte hier die Strahlen ausmachen. Jetzt guck mal, wie du den hinschieben kannst. Also, das wäre halt gegangen, indem einer hier, wir hätten beide hochgehen können. Ja, ich komme. Genau. Okay, gut. Okay, Asha, ich habe irgendwie gedacht, rechts der Schalter, da kann man das ausschalten. Aber du musst erst wieder runterkommen, sonst komme ich nicht rüber. Ach so. Ähm. Ach, Mensch, Svenson. Echt, ey. Also, wirklich. Schäm dich, schäm dich. Boah, was war das? Mehr als das. So. So. Ich bin die Springerin. Ja, und jetzt? Nach links, genau. So, ja, genau. Ja, perfekt, das war es schon. Ja, ja. Warte. Oh, oh, so. Gut, passt. Jetzt können wir wieder. Ja, wir müssen uns hier... Ja, bleib so stehen, genau. Yay, Bonus. Yay. Konfetti. Okay. So, jetzt, genau. Warte, ich mache mich klein, dann kann ich besser springen. Mhm. Same procedure. Ja. Gut. Gut. So, dann kannst du da drauf. Gut, danke dir. Hey, perfekt. Und wir haben es geschafft. Das nächste geschafft. Sehr gut. Mal relativ easy. Ja. Das war okay. Das ging. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so bleibt. Nein, um Gottes Willen. Ich denke, da wird die Herausforderung noch ein wenig größer. Ich habe halt aktuell noch überhaupt keine Ahnung, wie viel Spieldauer das Spiel umfasst. Ich glaube nicht, wir sind in Level 0,5. Yeah. Das stimmt zuversichtlich. Okay, wenn das schon in 0,5 ist. Okay. Dann gehen wir weiter, oder? Ja. Und es ist ein perfektes LP Spiel, weil es ist immer die Zeit genau oben rechts angegeben. Ja. 7 Minuten 30 und so. Richtig. Perfekt. Okay. Throw Items. Okay. Okay. Äh, ja. Why not? Durch die... Ah. Ah. Way. Das macht Spaß. Und wie toll man dir alles stapeln kann. Moin. Och, Svenson, weißt du? Machst du wieder alles kaputt hier. Okay. Tüüüü. Yay. Okay, jetzt müssen wir Sachen werfen. Okay. Äh, irgendwie bin ich da noch in der Wand zu sehen geworden. Echt? Bei mir nicht. Bei mir warst du wunderschön. Put down. Äh. Äh, wohin? Down. Ach so. Hä? Hä? Das ist mir jetzt gerade auch ein bisschen zu hoch irgendwie. Put down. Ach so. Ah. Ach, scheiße. Ich bin zu bescheuert, um zu steuern. So, hier. Och. Das gibt's doch nicht. Runter? Hä? Jetzt. Also, ich muss gleichzeitig nach unten drücken. Ah, ja, ja, warte. Nach unten und? Ah, alles klar. Und dann eben noch. Ah, okay, hab's verstanden. Ja, ich auch. Bei mir dauert's. Ich brauch noch kurz... Wo ist mein grünes hin? Ach so, er hat's schon geschluckt. Okay. Ja. Fein, fein. Ja, äh, ich hoffe, dass ich mir diese Tasten-Kombi merken kann. Ja. Aber so schwer ist es jetzt nicht. Nee. Nee. Geht schon klar. Ja, ja. Dann noch mehr. Toss. So viel als zu merken. Toss. Ja gut, das ist einfach dasselbe umgekehrt. Ist auch okay. Ja. Yeah. Es fällt dir her, mir auch. Traumhaft. Hä? Ich bin nicht stark genug. Ich kann dich so hochwerfen. Okay, einmal springen. Oh, schon wieder auf die Hunde. Okay. Muy intelligente. Ach Gott, ey, das ist doch nicht... Das muss man alle merken, ey. Das war noch gar nichts. Es geht bestimmt bis 20. 100. Läuft. MMO ist nix dagegen. Oh, okay. Nicht tanzen jetzt. Oh, scheiße. Ich wollte springen, aber irgendwie... Falsche Taste. Nein. Was habe ich denn immer? Ah, süß. Danke. Jetzt weiß ich nicht, wie ich dich wieder loslasse. Du musst nach unten und dann... Genau, danke schön. So ist es safe. Ich wollte dich nicht einfach rüberschmeißen. Jetzt kannst du mich schmeißen. Throw me! Einfach nur E. Also bei dir halt die Wurf... Genau. Yay! Klong! Voll in Sicht. Jetzt musst du das Ding hier reinschieben. Ja. Oh, du darfst nicht aufs Bild gehen, sonst gehst du put. Echt? Mach dich groß, mach dich groß. Ach so, ja, stimmt. Das sind so die essentiellen Kleinigkeiten, die... Reicht das? Ne, das war unintelligent. Oh, doch, das reicht. Ach doch, okay. Sehr gut. Fein, fein. I need you. Okay, gut. Ja. Ne? Nein, au. Das war kein Absicht. Lass mal... Was? Ich guck mal hier in die Kästchen rein vielleicht. Ja, aber nee, ich glaub erst hier und dann damit hoch und dann hat man den zweiten. Ah, warte mal. Stell den mal hin. Stell den mal hin. Genau, will ich. Warte. Warte. Lass mich. Warte, bei mir backst du gerade, ich hänge gerade in der Luft. Nur dezent. Oh nein. Oh nein. Ja, aber mein Ding backt auch. Wie das klingt, mein Ding backt. Ähm. Au. Ich hänge hier in der Luft? Ja, das... Ach, jetzt geht's wieder hoch. Ich dachte schon, genau. Ja, das Problem ist, der Würfel ist jetzt weg. Ne, der ist hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht. Ich hab keinen Würfel mehr. Hm, okay. Ja, Leute... Spring mal vor mir. Spring mal vor... Genau. Warte. Stopp, stopp. Warte. Spring mal vor mich. Vor mich und bleib stehen. Stopp, stopp. Ja, jetzt bleib stehen. Mhm. Oh. Okay, ich wollte dich eigentlich auf den... Okay. ...dass du auf den Würfel... Okay. ...und dann wollte ich den Würfel hochnehmen. Aber wir machen's anders. Und zwar schmeiß ich dich jetzt da hoch. Ja. Oh. Nee, das geht aber nicht. Wow. Genau. Okay, fein. Und dann kannst du den nämlich runter... Okay. Mein Würfel backt. Hä? Ha! Ich hab's doch gesagt. Der Würfel ist auf der anderen Seite. Ah, jetzt ist er wieder da. Nee, jetzt ist er wieder da. Lass mich mal kurz die Leute aufklären. Leute, falls es einer von euch noch nicht gemerkt hat, das Spiel ist ein Early Access Titel. Also das erklärt einiges. Und wir spielen das jetzt gerade, ich weiß gar nicht, anderthalb Wochen nach Released oder eine Woche. Ja. Und in zwei Tagen soll es ein neues Update geben, was dann auch diese diversen Probleme im Multiplayer hier beheben soll. Das heißt, lasst euch nicht abschrecken. Dass aber jetzt doof, wenn der eine Würfel weg ist, dann können wir das hier gar nicht machen. Ist er echt weg jetzt? Warte mal. Jetzt... Du musst wahrscheinlich da oben dran, ne? Ja. Hm. Schlecht. Kommst du... Kannst du da irgendwas machen? Hm, versuch's nochmal. Nee, ne? Leider nein. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der eine Würfel, der fehlt, ne? Nein! Boah, das wäre richtig kacke. Das ist aber wie ein Trine. Das hatten wir ja auch schon, das Problem da. Das wäre... Warte, steht der hier nicht? Irgendwie, dass man automatisch dagegen läuft, der jetzt nur unsichtbar ist? Dass im Multiplayer aber auch immer die Objekte wegbacken müssen. Ich verstehe das nicht. Nein, Hilfe! Nein, es wird dann! Achso, ja, warte, ich komme. Okay. Gut. Ja, gut. Warte mal, oder komm mal her. Während du... Wenn ich jetzt sage, machst du dich groß. Und dann kommst du vielleicht da dran, ja? Okay. So, und jetzt... Ah, ich kann aber eh oben drücken. Versuch's nochmal. Ja, okay. Und... Jetzt... Ja! Mega! Cool! Okay. Bug überlistet. Wir haben's irgendwie gelöst. Jawohl. Wo bist du? Wir haben ihn besiegt. Du trägst mich gerade. Also, bei mir stehst du rum und ich hüpfe. Ah, okay, jetzt bist du... Äh, du trägst mich. Nein! Okay. Oh mein Gott. So, jetzt laufe ich wieder selber. Okay, das ist schön. So, okay. Ähm, schmeiß mich da nochmal gegen. Genau. Das war... Das war dumm. Sorry. Und, ähm... Genau, mach das nochmal und dann spring oben links rein und geh dann schnell wieder da raus. Mhm. Okay. So, links rein. Es geht nicht, ich muss noch Q drücken, damit ich wieder kleiner werde. Okay, hier, nimm mich. Nimm mich. Wunderschönen Moment. Okay. Es geht nicht. Es geht echt nicht. Ähm... Willst du es mal versuchen? Äh, ja. Komm, versuch du mal. Äh... Nee. So. Ja. Wie er's... Wie er's einfach fast schafft, der Arsch. Das ist unglaublich. Ja, komm, nochmal. Oder... Ja, warte, ich mach nochmal. Ah! Knapp. Immer noch so ganz knapp. Äh, warte, wir machen's anders. Wir machen's anders. Äh... Wie, wo war's? Mhm. So, und zwar nehmen wir uns die Kiste hier mit runter. Und... Ah. So, jetzt komm nochmal. Mhm. Okay. Ah, nein. Du bist jedes Mal schon fast drin. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Also... So, jetzt nochmal. So, komm her. Nee. Nee, der war nix. Hm. Oder... Vielleicht geht's echt nicht. Doch, muss ja gehen. Aber vielleicht geht's hier mit Anlauf. Nee. Nee, auch nicht. Nee, das muss gehen. Das muss gehen. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Finally. After all this time. Ähm, ich weiß nicht, müssen wir den wieder mitnehmen. Ich glaub nicht, oder? Mama. Oh. Ah, nee. Nimm... Genau. Ähm, nimm den... Nein! Au! Sorry. Oh Gott. So, bleib dich stehen, bleib dich stehen. Ja. So, und hoch. Okay, fein, fein. Ich hoffe nicht, dass wir den hier brauchen. Äh, das hoffe ich auch. Warte mal, den grünen da unten brauchen wir auf jeden Fall. Ja, aber das ist... Warte, wofür ist denn die Druckplatte hier? Jetzt bist du runter, du kommst hier nie wieder hoch. Ja, ja, das wird schon... Das ist ja optimistisch. Ich glaub, das Spiel ist nicht so angelegt, dass man nicht mehr zurückkommt, wenn man das braucht. Hier, doch, guck mal hier, wir könnten hier unten... Ach, guck mal hier. Ui. Geheimnis! Komm mal her. Ja, ja, ja. Oder ich schmeiß dich hoch. Nein. Die Kiste brauchen wir eigentlich nicht. Nicht? Nein. Ja, die ist auch eh zu groß dafür, fällt mir grad auf. Moment. Jetzt musst du die... Alter, das ist unglaublich. Äh. Okay. Nein. Ah. Warte. So. Mhm, jetzt schmeiß mich. Gut. Danke. Bitte. Yay. Okay. So, dann müssen wir die Kiste... Jetzt ist meine Kiste wieder weggebackt und ich schwebe in der Luft. Hey. Oh. Ich bin raus. Ja, ich auch. Was zum Teufel ist das denn? Nein. Okay. Ich schätze, das sind die besagten Multiplayer-Probleme. Oder das Spiel wusste eigentlich, dass wir jetzt schon am Ende der Folge sind. Das wollten wir uns nur darauf aufmerksam machen, glaube ich. Ich denke auch. Wollen wir es dann einfach so machen, dass wir die nächsten Folgen ab Mittwoch aufnehmen, wenn die Multiplayer-Probleme behoben sind? Ja, das könnten wir machen, ja. Ja, ich denke, das ist ein bisschen sinnvoller, als wenn wir da das Level noch dreimal spielen. Ja. Aber, also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Cool, cool. Das freut mich. Dann hoffe ich, dass wir auch euch wieder zur nächsten Folge begrüßen können und bitte auch an die Daumen und Kommentare denken. Wey. 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 Okay, dann begrüßen wir euch wieder zur nächsten Folge und bis bald. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut.